Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Valhalla oder Valhalla oder wie man es nennen darf. Wir sind hier in der zweiten Runde, in der zweiten Episode mit Ava und die spielen da hinten. Aber ich glaube, die lassen wir. Denn wir müssen unsere Kollegen hier hinten in 300 Meter Entfernung retten. Aber wir haben da hinten so ein Dorf irgendwie. So ein gelbes Dorf. Mal gucken, was die da hinten los haben. Oh. Können wir die Sterne aufsammeln, die da hinten... Okay, nee, nicht. Können wir nicht. Wir wurden entdeckt. Ich habe es gar nicht gesehen, dass wir da entdeckt wurden, meine Freunde. Ja. So schnell kann es gehen. Im Spiel und schon weg. Halt, das grönt. So, mitnehmen. Der hat nur viel Silber dabei. Also, wir sind mager beim Typen. Gut, wir kriegen unsere Pfeile zurück. Das ist schon mal was. Das kriegen wir nicht immer alle Tage. Und legen die hinten hier weg. Egal. So. Man sieht es eigentlich, dass es mal hingelatscht ist, ne? Nein, gar nicht. Durch den Schnee ist das ohne irgendwas nicht möglich. So, hier. Au. Lesen. Nachricht an die Geächteten. Bestehlt. Äh. Kiotui nach. Nicht und die Wölfe lassen uns in Frieden. Leben und Land des Rabenclans gehören uns. Ähm. Ist das so gewollt? Hier ist es ziemlich einsam, ne? Haben wir sonst irgendwo noch irgendwelche Pfeile oder Co.? Ich glaube nicht, ne? Das sind die einzigen, die hier... Oh, die wollten fischen. Schade. Ähm. Sie hat nichts dabei. Ja, toll. Ähm. Hier sind Boote. 77 Meter hinten ist was? Wie jetzt? So. Oh. Rüber die Schose hier. Ähm. Richtig rum. So geht's. Ähm. Ohne Sicht kannst du Schätze hervorheben und Co. Ich muss sehen, was du siehst. Autsch. Autsch. Ähm. Ne, da kommt man nicht lang. Entschuldigung. Aber so kommt man der Sache schon ziemlich nahe. Boah. Das ging ja aber cool voran hier. Kohleballer, Reichtum erworben. 450 Experience Points. Reichtum hier hinten, ne? Guck mal. Eins von ich weiß nicht wie vielen. Oh. Ähm. Können wir nicht mehr zoomen? Da haben wir noch was. Da hinten. Genau was. Was ist das überhaupt alles? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh. Ein Schiff wahrscheinlich, ne? Da hätte es auf jeden Fall, äh. Ist es da unten? Und jetzt ist er aber hoch hier. Jetzt haben wir das also auch gemeistert, ne? Das ist cool. Auf der Mappe gibt es jetzt da das Leuchten nicht mehr. Ich hoffe mal, das Leuchten ist jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir da hinten hin. Ähm, ich tue immer die falsche Taste. Das ist ein bisschen doof. Ich muss mich hier noch ein bisschen einfitten im Ganzen, ne? Das kennt ihr doch irgendwie sicher. Oh. So. So geht fischen, Freunde. Das geht aber schnell hier. Wir haben also den Pott hier eigentlich schon mal eingenommen. Also, beziehungsweise haben wir alle umgebracht. Es wird uns bestimmt noch alles erklärt. So weit, so gut, ne? Ich hoffe mal, uns wird noch alles erklärt. Äh, ja, dann würde ich mal sagen, 300 Meter, ne? Oder 280, das ist natürlich hier die Waage hier. Hält sich in Waage. Kriegen wir alles gut. Ich find's so geil, wieder Assassin's Creed zu sein, ne? Wieder hier alles spielen und so. Morgen, beziehungsweise morgen, ich sag schon morgen. Ähm, heute ist, äh, Freitag. Der Aufnahme ist Freitag heute, ne? Ich glaub schon. Montag, Mittwoch und Freitag wird das hier online gestellt. Und Montag ging ich. Höh. Ach so? Tag, du alter Hund. Du lebst! Ja. Hab mich vom Schwertkorps weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsneser auf ein Schiff steigen und den Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie, du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, zwei Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehm den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den Unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Schlacht um die Nordwege. Hm, Ausrüstung anlegen. Waffen. Es gibt drei Hauptfelder für Waffen. Jede Waffe ist einzigartig unermöglicht. Einen eigenen Kampfstil. Wird angezeigt, wenn er einen neuen auslöst. Ja, blablabla. Blablabla. Haupthand ist links und die Nebenhand ist rechts. Ja, zwei Waffen links, der Bogen. Hopp. Und hier ein... Wir blocken automatisch. Das ist auch cool. Okay. Ach, nee. Wir müssen Kuge durchhalten. Okay. Kriegen wir hin. Mit Kuh. Ich hoffe mal, das... Vergessen wir nicht. Wie eigentlich alles, das wir vergessen oder... mal kennengelernt haben. So, mit dem Raben können wir das Ding hier ordnen. Ähm... Was ist das? Ich frage mich, wie es... Also klar, hier. Yo, ich bin draußen. Ist alles okay hier im Felde? Ist noch ein Mann? Und hier ist noch ein Reichtum? Und hier sind wohl irgendwelche Minnau oder so. Keine Ahnung. Hm. Okay, ich... Begreif's noch nie so ganz. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ja, dann würde ich sagen... Wir nehmen den Weg, der am wenigsten irgendwie gefordert wird. Über den Baum hier. Der ist natürlich ganz per Zufall hier. Wann mal kurz, wir haben hier... Ah, Speicheln ist verfügbar. Schade. Okay. Ja, sein können. Hm. 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 das ist alles Nee, da wollen wir nicht raus Wir gehen da schön wieder Wir gehen da schön wieder aufs Haus So Oh Im Dach sollte es eine Öffnung geben Jo, da waren wir jetzt Wie weiß die, dass es hier im Dach eine Öffnung gibt? Immer so eine Frage Da ist sie ja, die Öffnung Wenn du dich weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlt Das wollen wir beide nicht Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden Ähm Jetzt Aha Es ist ja nicht hier Jetzt wird es aber ein bisschen knifflig hier Freunde Feigling Binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck Oder deinem Clan von Trell und Bauern Du Leg die Axt beiseite oder stirbt euch meine Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest Wird Odin dich sicher freudig empfangen Du hast gerade dein Leben verwirkt Du gehörst Odin, ich schick dich direkt zur Heel Oh, mit Axt? Das ist aber komisch hier Ähm Oh So, Freundchen Ähm Aha Du renn Oh, der hat noch andere Waffen hier Guck mal an Wie jetzt? Oh Ähm Das ging aber Flott Ich glaub Ist der Spiegel da? Ich glaub mit den Kann ich? Ne, ich hab Ah, stimmt Ich hab das Gamepad hier nicht mehr angeschlossen Ach Müssen wir ausprobieren Ob das Gamepad mal ankriege hier Aber das ist ja wirklich doof Scheiße Hätte klappen können Naja Es tut so Ich klicke die Halt deinen Maul und kämpfe Ähm Hallo, steh auf Du Arsch Du niederer Abschaum Hä? Ich möchte nicht aufstehen Oh, kein Ausdauer mehr Na dann Oh, weg da die Hüften Mit E-Fort fahren Yo Wow Ähm Ist das dein Ernst? Mit der Waffe hier? Nicht schon wieder Ich bin noch weggelatscht Mit Alt Ich muss hier wirklich mal Das Ding vielleicht wechseln Kann nie sein Ich muss hier mal Vielleicht doch wirklich mal Ähm Controller mal gucken Wie das so geht Und ich denk mal Es ist Von der Zeit her Muss ich leider sagen Ich muss weg Aber wir sehen uns dann In zwei Tagen wieder Wir sehen uns Bis dann Tschüssikowski Das war's Tschüssikowski Das war's